Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Whomps Battlegrounds Welcome back Wir starten direkt beim Kontrollpunkt Neustarten bei der Mission, die wir letztlich gescheitert haben, gescheitert sind, kann man das so sagen? Ja, ich denke mal schon. Ähm, hier ist der letzte Kontrollpunkt, ähm, und, ja, wir müssen jetzt einfach nochmal gucken. Und, äh, ja, mal schauen. Ich hoffe, ich bin jetzt hier mit den einen, ne, mit dem bin ich nicht dran. Äh, naja, äh, keine Ahnung. Aber ich mir ist dann jetzt auch noch eine Idee, äh, gekommen, wie wir das auch anders lösen könnten. Ähm, aber das dann erstmal bis zum, äh, späteren Verlauf. Noch ist da, jetzt sind nix dabei. Ähm, haben wir das schon? Ne, das haben wir noch nicht. Ähm, erstmal muss ich jetzt hier, äh, entlang, entlong. Dann nehmen wir das auf und dann können wir das machen. Das machen wir durch das Wasser. Oh, das gibt uns ja nicht. Äh, das Schaf dann setzen. Oh, war kurz, war... Oh, an Exploding Sheep. Rather a nasty way to go, and not even a final witty one-liner like Wool-I-Never or my bird luck. Always have a final one-liner ready. Mesmer's hypnotic hold over his worms looks like it's failing. They're even starting to show self-awareness and fatigue. I wonder if he's bitten off more of the stone carrots than he can chew. Hmm. Ähm, ja. Jetzt sind die einzigen Artikel dran. Ich würde dann auch die, ähm, Schafe setzen. Um zu gucken, was dann so passt hier. Ja. So. Jetzt hat mir jetzt nix geholfen. Weil wir haben jetzt, unendlich, genau, wir haben jetzt unendlich, äh, Schafe und, äh, da können wir, ne? Genau. So. So. Sagen wir, sch... Parkieren mal die Schafeln. Dann, bumm. Okay, hat schon ein bisschen Damage gemacht. Ja. Kurz warten. Okay, das war jetzt auch nicht so schlecht. Okay, das war jetzt auch nicht so schlecht. Ja, okay. Okay, das war jetzt auch nicht so schlecht. Okay. Aber egal. Nicht so schlimm. Kein Problem, kein Problem. So. Okay, macht ganz schön Damage, finde ich. Ich habe jetzt einfach nochmal einen Schieb. Und dann BUM! Hat was gebracht, denke ich mal. So, was auch immer der jetzt macht. Hm. Okay. 14 damage. So, jetzt ist es... Jetzt keine Erdmitte hoch. Jetzt komme ich die da nicht hoch, oder was? Oh Gott. Perfekt. So, dann würde ich... Kann ich gar nicht. Wow. Dann bräuchte ich... Hallo. Will tauschen. Okay, I'll go. Geil. Dann lass mal das jetzt eben ablaufen. Ich gehe trotzdem mit denen etwas weiter hinter, damit die das jetzt nicht so treffen können. Und, ähm, ja. Okay, das war jetzt auch nicht schlecht. Nein. Oh! Jo, der war. So. Warte mal, wir sind denen natürlich. Denn 30... ... ... So, was macht der denn jetzt wieder? Oh, okay, das war jetzt auch ein... So, jetzt machen wir aber erstmal... Den schafft den Tod. Weg! Dann können wir den da dann... Ah, wo geht denn der jetzt doch hin, ey? Hilfe! Ach, ja... Okay, jetzt kommen wir jetzt... Oh... Mach einfach... Hat das überhaupt was gebracht? Anscheinend ja nicht, ne? So, jetzt geht er wieder... Geh, äh, fliegt auch wieder... So, weg! So, weg! Sonst würde ich's nicht checken... Ja! Was soll denn jetzt noch sein? Hä? Willst du mich jetzt verarschen? Ach, sag jetzt nicht, dass da oben das Ding... Dann machen wir das halt auch noch... Problem jetzt noch... Ist jetzt auch kein Problem... Was soll... Was soll... Was soll... Was soll... Was soll... ... das Ding... Das gibt's nicht... Was soll... Was soll... Was soll... Was soll... Was soll... Was soll... ... das... Prozent durch mich nicht an sie nicht klar geht auch gar nicht Das macht für mich Kernsinn. Ich bin gar nicht dran. Müsste es ja. Ich bin gar nicht dran. Ich bin gar nicht dran. Was ich jetzt noch habe. Ich bin gar nicht dran. 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 Ich habe es geschafft. Ähm. Ich würde dann in der nächsten Folge hier mit weitermachen und dann müssen wir dann trotzdem weiterkommen. Mal schauen. Ich würde dann auf jeden Fall sagen, das war es mit dem Video. Achso, was wir noch gucken wollten. Wenn hier von 1 reicht, dann mache ich auch nur 1. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Level ungefähr um den Dreh. Ähm. Und da, ne. Ich würde dann jetzt allerdings sagen, das war es mit dem Video. Weil ich kann auch nicht mehr. Ähm. Ähm. Und äh. Ich hätte gerne weitergemacht. Aber es ist gut. Ich brauche es nicht. Und dann mache ich das in der nächsten Folge. Das andere Level. Und. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sage ich tschüss. Und auf Wiedersehen. Tschaui. Ich mach mich wieder auf denen.